Hey, ich grüße Sie, mein Name ist Nana Lifestyler Domena und es ist wieder soweit am 6.11. findet das DC Breakfast statt. Ja, mit mir Nana Domena von B2B Networking & Entertainment, werde wieder mit dabei sein und werde wieder ein paar tolle Aufnahmen von dem Event machen, holen uns ein paar Stimmen ein. Ich war beim letzten Event dabei als DC Young Leader, frisch gekürt, habe mir das zum allerersten mal angeschaut und fand es super, weil ich da tolle Kontakte getroffen habe, branchenübergreifend, mit denen ich in Kontakt bin seit dem Breakfast und ich bin gespannt, was jetzt am 6.11. wieder auf mich zukommt. Zum einen hat man immer eine Person, die wird ein Thema vorstellen, was so 15 bis 20 Minuten geht, wo wir alle von lernen können. Ich selber darf im Dezember sprechen, jetzt kann ich am 6.11. aber nochmal reinhören, was ich für mich persönlich mitnehmen kann. Und dann natürlich das leckere Frühstück aus dem Lindner Hotel, hat mir im letzten Mal schon sehr, sehr gut gefallen. Ich möchte hier einen Aufruf machen an alle Unternehmer, Unternehmerinnen, die sagen, hey, ich habe morgens Zeit vorbeizuschauen, um Kontakte zu schließen, Menschen kennenzulernen, um einfach nach vorne zu kommen, nicht stehen zu bleiben, auch wenn es draußen kalt ist und wenn draußen die Sonne nicht scheint, ist es trotzdem wichtig, immer schön das Rad zu drehen. Und beim DC Breakfast kann ich nur eins sagen, es ist zum einen sehr hilfreich, um weiterzukommen und zum anderen hat man ein tolles Frühstück in einer wunderschönen Location, nämlich im Lindner Hotel. Ja, wir sehen uns am 6.11. bin vorher noch gewesen in Frankfurt bei der GQ Night, komm quasi aus der Nacht direkt zum Event, bleib dann da und für mich geht es danach auch schon wieder weiter Richtung Hamburg. Also, ich nehme mir dafür extra Zeit und ich hoffe, du auch. Ja, wir sehen uns am 6.11.